die wir kommen zu einem neuen Part bald jetzt nicht lange die Gegner gesehen aber ich hoffe ihr wisst trotzdem dass es wieder Mist hier sein wenn sich übrigens Timo der einzige Grund warum ich hier noch bin bringen wir es hinter uns ja auf jeden Fall wenn ich wieder schöne Spiele spielen ich spiele die neue Ash mal ausprobieren wie die so ist der Grit addiert sich jetzt, ne, mit merkwürdig aber jeder Autotext-Load, ey, das ist eigentlich so richtig krass das ist richtig krass und das zieht kein Mann das ist halt immer noch fast was Supporter-mäßiges, finde ich das zieht kein Mann, oder? das ist, das ist wirklich gut das ist, ja, dass es kein Mann an mehr zieht das ist ja jetzt kein aktiver Skill mehr ist ja jetzt passiv ja das ist doch richtig krass, dass er mal gucken, wie ich mit dir spiele bestimmt verkack ich voll, aber hey, scheiß drauf Banzi macht schon geile Scheiß auf der Top-Lane er ist abgehauen nachdem er mich angezündet hat oh Mann, steht doch vor, jemand zündet ein Hamster an Manu du bist ein Fuchs auch wenn es ein Hamster ist, ich sehe da drin kein Hamster ich sehe da drin einfach nur ein irgendwie ein Gen-Experiment oder so sehe ich da nur mit Glück das Gen-Experiment Das sehen wir in dir auch, David und trotzdem diskriminieren wir dich nicht Merkmal Gut, er hat nur 23 HP, das ist gut Sie hat 23 HP? AP Achso Ja, 23 HP Meine Shuriken machen übrigens 75 Grundschaden Das ist okay Bilder Bukong mich eigentlich irgendwie nerven Ich glaube, dass es sind Ich hasse Bukong Er macht ständig Hey, ich bin weg Alter Es kritisiert jeden zweiten Schuss Ja, die kritisiert immer, wenn du einen einen Schuss für deine Salve drauf gemacht hast Also ein Weh oder ein Schuss Danach kritisiert die halt Krass Ja Das ist hart Joa, ist schon ganz gut Oh, jetzt müsstest du eigentlich Wei oben ganken Wo kommt noch kein Flash? Aber Wei will nicht Ja, Wei muss auch ja Sagt Wei jetzt Sagt Wei jetzt Ja Bitte, der wird mich gleich first platten Dann werde ich schreien Ah, guck mal, Wei macht's sogar gut Scheiß Blitzcrank Ich verspüre einen leichten Anschlug von Hoffnung, dass wir ausnahmsweise mal einen guten Jungler haben Ist das jetzt ihr Ernst? Offenbar Dein Gefühl ist verflogen Warum hat sie das jetzt gemacht? Das war ja mal sowas von meins Hat sie geklaut oder was? Ich will sie nicht einfach genau, obwohl er gejotted wäre Aber sie Ich nehme mir den mal Also geil, was man ist, ist gekriegt Toll Es sei jetzt gar nichts, es sei als wenn er tot gewesen wäre Liebes, wenn ich alle Arbeit mache und dann nur eine Unterstützung war Scheiße, sie hat mich ja nicht mal unterstützt Ich hasse Blitzcrank Ja, der ist schon ziemlich nervig, aber der fällt dem Late Game mit Ultra ab Alter, Mädel Ich bin Shibana, ich bin hier Ich bin Schibroos und Vier Komm doch und spiel mit mir Oh Gott Und Mami und Papi sind wir mal dabei Oh Gott Oh nein Oh, sagt doch was bei Das ist Bodo, der Lied Ich bin froh, dass ich jetzt irgendwie trotzdem nichts gegen Wukong machen kann Das ist aber das, was ich am meisten liebe Ja, Wukong ist ein richtig Ist ein Starker 1 gegen 1 Champion Ich habe extra nicht den Fachausdruck benutzt Wen hast du benutzt? Nicht den Fachausdruck Ja Welchen? Du hast jetzt nachgefragt, ja? Das zählt nicht Mhm Bruiser 80 Bruiser Das habe ich ja noch nie gehört Echt nicht? Nein Das war doch mal, als wir, äh Drei gegen drei gespielt haben, ja Ah, scheiße Schade Ich bin Wukong, ich denke ich wär's Ah, ah, schade, das war knapp Das war knapp Ich sag, er blitzkrankt direkt so auf Weil, äh, keine Ahnung Ja Er überlebt mit 4 HP Ich krieg'n Rappel und ich bin geflasht Aber er darf natürlich sich gegen anheilen Und natürlich ist sein Heiltrank Ober-OP Oh, ich darf mir wieder nur einen tranken Oh, Mann, ey, das kotzt so an Hm Aber, siehst du, im, wie gesagt, im Late Game fällt, äh, Blitzkrank richtig hart ab Und Graves eigentlich auch Wenn ich einen Kill bekommen, dann wär der jetzt gedottet Aber nein Heeeh, ich bin wie Heeeh, ich bin Wukong, ich bin Heiltrank Hm, ist Shyvana auch hier? Das ist gut, das heißt, sie ist nicht bei mir Super Oh, ich hab's so drin Geil Danke für diese Information Gerne Ist das nicht, wenn man einen Durchfall hat und kotzt? Nein 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 Du hast einfach überschüssige, äh, überschüssige Magen Überschiss Äh, wir reden von Sodbrennen, oder? Ja, klar Ja, du hast einfach überschüssige Magen, äh, Säure und die geht nach oben Waaah, das ist ja doch ekliger Mhm, mhm Das hast du auch, ey, das hast du auch extrem stark ausgeprägt bei einer Magen-Darm-Grippe Ja. Aber es ist... ... was ich übrigens mal hatte. Richtig. Jeder hatte schon mal einen Markup, glaube ich. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Mann, ist klar. Ist klar. Wisst ihr was richtig scheiße ist an mir? Ist ein Flash? Sehr gut. Äh, was denn? Ich hab mir heute die Nägel gemacht. Wunder, wunderschön. Dann bin ich Pinke gegangen. Hände waschen. Handtuch. Obwohl die schon trocken waren, waren sie dann plötzlich nicht mehr trocken genug. Hast du ne Ulti? Ich bin auch nicht mal Level 6. Achso, okay. Tut mir leid, dass ich mit ner Ulti nicht dienen kann. Jaja, ich wusste nicht genau, ob du Level 6 bist. Ja, das hätte ich die gemacht, um Flash zu retten. Weil ich mir nicht sicher war, ob was überlebt. Weiß ich nämlich auch nicht. Du hättest vielleicht die Shivan und die Torst, dann wäre das ganz gut gewesen. Ja, hätte ich gemacht. Ja, ja, weiß ich. Hätte ich's gehabt. Aber ich hatte sie leider nicht. Noch nicht. Oh. Ja, kommt noch. Kommt noch. Kommt noch. So Flash, mach was cooles. Mach was richtig cooles. Du machst das jetzt. Wir machen schnell weiter. D-dasc, D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Ich war in das Mitte. Also können unten was machen. Ah, scheiße. Aber das hört sich gut an. Yeah, nice. Ah, fuck. Ha, du BKPP. We, we, Windbeutel. Nein, 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 nein. Du Windbeutel? Oh, jetzt Windbeutel. Oder Sturmbeutel. Warum nacht ihr denn hier über meine Windze? Die sind doch super. Ja, also, irgendwie war das nicht so. Ich fand den gut. Ja, es ist klar, dass du alles von dir selbst gut findest. Weil ich gut bin? Oh Gott, bin ich super. Bist du nicht wirklich. Bernd? Ist er wohl gemein zu mir? Du bist auch immer gemein zu ihm. Aber er hat es verdient, oder? Ja. Schreibt es mal in die Kommentare, ob David es verdient hat. Danke. Bitte zum ersten Mal haben wir Kommentare. Ja! Siehst du, genau das meine ich. Aber ich bin immer nur zurück gemein. Nee, bist du nicht. Doch. Du fängst immer an. Ich fang gar nicht an. Was redest du öffentlich? Wenn ich anfange, dann, weil ich recht habe. Ja, wenn du meinst. Bernd. Du fängst mir zu. Weil, was? Sag einfach ja. Nein. Sag einfach nein. Sag einfach ja. Nein, bitte sag nein. Tu mir den Gefallen. Bernd. Verlass mich jetzt nicht. Hm. Ich sag gar nichts dazu. Äh, Shyvana Bot. Ah, gut. Aber gar nichts geht nicht. Ja, als ob ich vergiftet bin. Weißt du, wie viel Abklingzeit die Cassiopeia-Ulti hat? Nichts, ich will nicht, oder? Komm, du bist wieder mal dumm. Oh. Nee, das kannst du vergessen. Flash. Ein Ulti raus von Cassiopeia. Robin war im Fußballstadion. Oh, sorry. Tut mir leid, ich habe gegen Spieke. Aber Robin mag weder Fußball noch Stadion. Oh. Ich finde es immer so geil, weil er irgendwie da ist. Und dann verschwindet er plötzlich für vier Stunden. Und dann kommt er plötzlich wieder. Ja, ich war gerade hier und da. Ja. Ja. So, sag dir die Bescheid, wenn er irgendwo hingeht. Ich weiß das nicht. Frag ihn doch einfach mal. Sagt er ja. Ja, mehr kommt dann. Sag ich, hä? Er sagt, ja. Wir haben übrigens seinen Namen wieder gesagt. Oh. Aber egal. Wird keiner merken. Ach so. So, herzlich willkommen zurück. Äh, ist das jetzt nicht so tragisch. Wenn ich noch ein bisschen länger drüber reden würde, ist es tragisch. Ja, das stimmt. Also hören wir jetzt am besten gleich auf. Na, über Hit. Womit denn? Hit. Weiß ich nicht. Hertha. Hertha? Ja, das ist die Steigerung von Hart. Nein. Oh Gott. Äh, nee. Hertha ist ein Fußballverein. Nein! Oh! Und seitdem nicht so schlecht wird, ist es milder. Ja. Wir haben es erst gesagt. Also vielleicht zumindest. Ja. Lol. Dead Flash. Der Wokong flasht doch irgendwie in alle Richtungen. Einfach so. Hui! Hab nicht gesehen, ob die Weih kommt. Der ist so eine Scheiße. Hm. Äh, ja. Wie war euer Tag heute so? Ich hab geschlafen und gegessen und geschlafen und gegessen. Gegessen. Und WoW gespielt. Äh. Als erst. Pass auf, Botner. Ich kämpfe gegen zwei. War richtig brutal. Jimo. Er hat mir den Kegel geklaut, aber ich... Ach. Ach, ist doch nicht so schlimm. Du A. Ist doch nicht so tragisch. Bam, 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 bam. Mein Gott, wie? Ich bring deine Obama in Schräghaltung. Deine Obama in Schräghaltung. Warum klauen sie mir denn alles? Ich mach hier oben die ganze verdammte Arbeit. Zerreiße zwei Typen und sie. Ich komm, mach einmal meine Faust und geh wieder. Unglaublich. Ja, ja, kann sein. Irgendwie wird das schon stimmen. Was? Ah, ich sag jetzt über nichts. Ah, ist das wieder? Du bist zu fiest zu mir. Nein, 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 nein. Scheiße, die Kasselfeuer ist gut. Und du nicht. Ähm, sorry. Guck, David greift zuerst an. Stimmt, ich muss Franzi recht geben. Ja, wuuuuh! Ja, ich soll nämlich ein Rechthabere. Ja, okay, da kann... Da kann jetzt, äh, weiß ich auch nicht wirklich was. Da hat er jetzt drei waren. Ja, was ist das gut und ne? Nein, mein Tower, mein Tower, mein Tower. Ja, wir werden immer von den anderen, also vom Gegner-Jungler gegankt. Ja, das ist aber gar nicht mal schlecht eigentlich. Eigentlich kann dann, äh... Ja, wenn ihr es schafft, dann nicht... Nicht Hammer-Heh zu verlieren, dann, äh... Ähm, könnten wir eigentlich oder so... Sollten wir eigentlich auf den anderen Lanes was reißen können. Ja, aber ich wollte halt auch mal mit Ash was reißen! Ich komme aber nicht dazu! Ja, das ist ein bisschen schade, dann. Es ist halt ein bisschen schade. Verdammt. Es ist. Wahrscheinlich Blue. Dann ungefähr ist eigentlich immer die Laning-Phase zu Ende. Das spürt man. Das ist immer anders. So im Durchschnitt, meine ich jetzt so. Wenn du es spürst. Man spürt das also im Durchschnitt, ja. Ja, dein Gefühl sagt dir, geh jetzt in die Mitte. Und dann gehst du in die Mitte. Also eigentlich, wenn auf einer Seite die äußersten Türme so weg sind, so langsam. Oh, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Übertreib halt! Ja. Warum hättest du denn so? Die sind schon gefühlt, oder was? Das schweigt, die sind schlechten. Das sind drei. Äh, Kasse kommt, auffassen. Nein, gib ihnen nicht den Dragon. Heil ihn, glaub ich. Warum ist der jetzt willkommen schon wieder da oben? Nee, die machen den Drachen ja gar nicht. Aber die haben da keine Vision. Mein Tower, mein Tower, mein Tower. Ich muss ihnen safen. Ich würde so gerne den Blue-Buff haben, ne? Mein Tower. Nein, nein. Mein Tower. Nein. Er hat noch 51 HP. Wir haben den Drachen. Ja. Wir haben noch keinen, oh, das ist gut. Ich habe mein Tower. Äh, Kasse kommt. Kong ist weg. Mein Tower gerettet. Mann. Was macht denn der Blitz da? Das ist ja gar nicht mehr so... ...knapp. Hm. SS-Richtung top wahrscheinlich dann. Nein, das will ich nicht. Aber nicht Cassio. Cassio ist nicht da. Die ist back gewesen. Ja, Shyvana kommt top. Kappa. Oh, ne, Shyvana ist auch wieder hier. Hm. Also, SQ ist irgendwie komisch. Ja, das hat letztendlich wo abklingt, seit. Ne, ist ja gar nicht der, der ist ja nicht so schlimm. Boah. Ich finde, dass die, äh, Stacks, die du da pro Auto-Attack hast, einfach zu schnell weggeht. Das weiß ich nicht. Ja, die, du hast da nur irgendwie, keine Ahnung, fünf Sekunden Zeit oder so, dann deine, deinen Crew zu aktivieren. Dann ist er sofort wieder weg. Ah, da können wir nicht reingehen. Oh, sehr schön. Ah, das klappt nicht. Ah, war doch klar. Ich hasse Wukong. Ich hasse ihn über alles. So ein nerviger Getschamp mit seinen ständigen, keine Ahnung, Geister, was auch immer der da immer macht. Und dann reingestürme. Und dann quits. Das ist echt abnormal. Mann, ich spiele 3-3, Leute. Wie du mich nerven wollte, aber ich. Nope. Das gibt's doch nicht, Leute. 3-3, also. Ich bin mal gestorben, Alter. Das ist nicht gut. Und Graves spielt, na, okay, 3-2. Franzi spielt eigentlich gut, eigentlich 1-0-4 ist ein richtig guter Start für'n Top-Liner. Ja, eigentlich würde ich 3-0-1 spielen, aber nein. Und deren Cassiopeia ist jetzt Hammer. Ich bin wie, gib mir den. Der Triple-Kilker, der Triple-Kilker, der war echt hart, also das wird uns lustig. Der hat schon gewonnen, Alter. Ich will das nicht, aber diese Zeit echt gefeedet. Ah, hallo Franzi. Wie immer. Nichts Neues. Hey, ich bin die Schlange. Hat Blizzcrank so ne passive? Wisst du das? Ich weiß es nicht, ne, keine Ahnung. Wenn wir denn das wissen, wenn wir jetzt stirbt, schlitze ich ihre linken Obama-Flügel auf. Ey, sie ist doch echt so unnötig. Ich zau drei Kills und selbst dann schaffe ich es nicht, gegen ein 0-3-Wukong den Scheiß-Tower zu verteidigen. Denn ich bin wie und ich kann nichts außer KS-Tower zu verteidigen. Hast du ulten? Naja, okay. Vergiss das. Ja, doch, hab ich. Ja, aber jetzt nicht, wenn die andere da auch ist. Sind ja nur Kassio gewesen, hätte sie ulten können. Weil ich hab Ignite und, äh, Klinge des gestützten Königs, also das ist mir nicht schlecht. Lass mal zu dir am Blubuff gehen. Die Klinge des gestützten Königs. Fasch, erschreck mich doch nicht so. Hm. Wir bräuchten ein bisschen was an Vision. Ja. Fasch hat keinen Sideson, das ist schon echt schade eigentlich. Oh Gott, ich bin immer müde, ey. Oh Gott, ich bin immer müde, ey. Oh Gott. Hast du ulti? Nee, hab ich schon verwendet. Ah, fuck. Drei-fach-Tötung! Ok, Franzi, den machst du, den machst du. Du bist, überleicht dran, deck der ist AD Carry. Ok, sehr gut. Ja, und der ist geknacht. Kriegst du den noch? Ja, das ist gut. Das ist super. Jetzt, Frank, guck mich mal. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Da ist er. Nice. Ne, ist tot. Und ich hab kein Assi... Ich hab kein Assi bekommen, Alter. Ich fass das nicht. Dreckspiel. Zählt das einfach nicht mehr, wenn ich tot bin, oder was? Doch, aber das war eine ziemlich lange Zeit. Ja, trotzdem. Da hätten sie ja mal ein Auge zu drücken können, ganz ehrlich. So wie der Blitzcrank da am Rumstehen ist. Und am Sterben. Pass auf die Cassiopeia auf. Ich hab Cassiopeia auf Graves gefokust, aber irgendwie anscheinend kein anderer. Ich hab Cassiopeia gekillt. Ja, genau. Ich hab meine Ulti auf Graves und Cassiopeia gemacht. Ja, das war so gut. Wir haben auch... Ja, wir sind an Shyvana vorbei. Die... 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 Vi hat auch eine gute Ulti gemacht mit ihrer. Das war super. Also irgendwie könnte mir Ash vielleicht doch gefallen. Aber natürlich spiel ich jetzt im Moment das erste Mal mit ihr, also mit dem Neuen. Und bin natürlich echt extrem scheiße. Fuck Drake. Haben die Drake gemacht? Oh, nee, doch, nee, nicht. Den Sneaken wir uns jetzt cool ab. Aua, aua. Au, alter! Ich versuch zu überlegen. Alter, was macht denn die für'n Schaden? Tausend. Ey, krass. Was geht mit der ab, ey? Oh, fuck. Ja, gut. Hm, okay. Ja, ich sag ja, die ist hart gefiltert. Klasse. Hey, 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 das wird ne lustige Runde. Was sind wir denn eigentlich? Ah, du bist oben. Na, jetzt haben wir... Franzi, komm mal Mitte. Hm. Oder... Ja, doch. Das ist wichtig, sonst... Sonst machen die Lähnen abfällig. Toll. Okay, ich hab... Klasse. Super-duper-hyper-krass-geil. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wer ist zu Blitzcrank gehuckt, hätte das gar nichts gebracht, ey. Okay. Push mir einfach Mitte durch. Jo. Spot-Buddy finden. Ja, das machst du schon. Hm, ich bin langsam. Auch nicht wirklich schneller. Einfach steh mit da durch. Ich bin Schlange. Ich mach es Schaden. Denn ich bin Schlange. Schlange, Schlange, Schlange. Achtung. Ich bleib einfach hier. Hier bin ich sicher. Nein, bist du nicht. Sie sieht mich! Sicher, ne? Warum hat sie mich gesehen? Man weiß es nicht. Weil sie vielleicht dieses... Dieses... Dieses Jungler-Ding hatte. War wieder mal ein Sehnes-Hack. Dieser Vögel. Hat sie gesmytert und dann kann sie unsichtbar sehen. Aufgeben, bevor wir... Bevor wir noch schlechter dastehen. Nein, wir geben nicht auf. Ich gebe mir Scheiße. Mann, mein schönes 4-1. Ja, ich war auch gerade positiv. Ja, super. Cass hat schon elf Kills. Und Graves sieben. GG. Die können einfach da durchlaufen, ne? Ja, aber ich kann nichts machen. Die werden sofort mich bam und dann bin ich tot. Ja, die bam jetzt alle, weil die... ...am Arsch. Das Problem von weiß, dass sie nicht carryen kann. Ja, das ist bestimmt nicht der Klon, oder? Die hat sicher die Kills ruhig nehmen können, wenn sie, äh, hätte carry können. Oh, das kann sie nicht. Vom Champion her. Ich meine, klar kann sie carryen, wenn sie hart gefiedelt ist, aber... Äh, eigentlich nicht. Also so hat es sie nicht gefiedelt, aber... Naja. Oh, herweih. Das war dumm. Alles, was sie tut, ist mehr oder weniger beschränkt. Hier, 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 hier. David. Bleib dran. Bleib dran. Bleib hier drauf. Dran bleiben. Egal. Jetzt können wir raus und... Drake ist nicht da, schade. Ich hab halt mein, ähm... ...Static. Ich weiß nicht, ob das auf Ash sehr effektiv ist. Keine Ahnung. Ja, das ist... Eigentlich ist es bei jedem ATC voll effektiv. Ja, die Sache ist halt, Ash krittet ja jetzt nicht mehr auf die alte Art. Aber ich denke trotzdem, dass es ganz gut ist. Also schlecht ist es wohl nicht. Die Frage ist halt, was besser ist Phantom Dancer, das ist der Dic, aber... Ich kann ja beides holen. Ja, aber man geht ja davon aus, dass es momentan besser ist. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Ja, ich auch nicht. Wir müssen mich noch nicht mehr machen. Ich mache einfach... Was machen die denn überhaupt? Ich bin jetzt in der Welt. Oh, wir sind alle. Oh ja, ich seh's. Das Problem ist, ähm... Ich habe auf jeden Fall meine Ulti wieder, also... Wenn einer reingeht, kann ich alle Ulti. Ja, ich hab meine auch, aber das... Franz, die kann man bitte. Cool. Ich muss ja immer noch aufs Klo. Die Sache ist, ähm... Ich kann Kast ja nicht ulten, weil die Sonja es hat. Und dann wird meine Ulti ja relativ useless im Vergleich dazu. Ja. Weiß aber nicht, ob sie trotzdem... Wir müssten mal gucken, ob wir Dragon irgendwie verteidigen können. Verteidigen oder kriegen? Ja, im Idealfall selber kriegen, aber wir müssen... Wir dürfen dabei keine... Alter, alter. Ey, die ist so OP, Alter, ich schwör's dir. Ey, das kann nicht wahr sein. Die macht mich einfach mit zwei Schlägen und ich bin weg. Ja, die ist auch so stark, Kassio Paya. Krass, ey. Kann man nichts machen? Ich bin sofort weg. Die weiß, dass die mich auf einmal mit einem Hit down kriegt. Mann, nein. Kann ja nichts machen. Weil Kassio Paya drängt mich immer von der Gruppe weg. Also bin ich total nutzlos. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber das macht die auch richtig gut, die Kassio Paya. Auch so spielerisch, ja. Ja, gut. Ja, wie denn, wenn ich tot bin? Ja, das hilft uns noch nicht, wie wir das nicht umwandeln können. Drakis Vaggon, wir müssen hier einen Bot defenden. Das bringt uns zwar jetzt Geld, aber das war's auch. Vielmehr bringt uns das jetzt im Moment nicht. Ja, Profi, ja, bringt uns nicht. Wir müssen hier in Essen, oder? Ja, nein. Ne, du holst mir vielleicht mal das rote Elixier, wenn du Geld hast dafür. Ja, soll ich jetzt holen, oder? Erst wenn ich wieder zurückgehe. Ja, erst wenn du Geld hast dafür halt. Ja, wie viel kostet das rote Elixier? 400. Also die Elixier des Zorns. Ja, das ist richtig stark. Könnte ich mir leisten. Okay. Wir müssen Castio Paya rausnehmen, dann ist das eigentlich kein Problem. Graves kann man auch gut bursten, glaube ich, obwohl es jetzt so sehr süffizient Key ist für den AD Carry. Kommt von hinten. Das wäre cool, wenn ich einen Pilz hinmachen könnte, wo ein Wort steht, und dann würde das Wort in den Pilz laufen, sozusagen, und dann auch kaputt gehen. Oh, ich war auch noch eingreifbar. Nice, sehr gut. Graves, 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 graves. Sehr gut. Und jetzt raus, jetzt raus, jetzt raus. Oder Franz, wie kannst du? Ich bin schnell weg. Was denn? Alter, wie ich perfekt meine Ulti an Shyvana vorbei auf Castio Paya gemacht habe. Das war richtig gut. Yeah. Warum muss ich denn jetzt tanken? Scheiße, jetzt habe ich nicht mehr genug Geld für das Elixier. Hat dein Pilz gerade getankt, Franzi? Dein Pilz? Tatsache, der Pilz kann tanken. Super, ein Schatz. Ein Schatz, aber gut. Hab ich gesagt, das ist Nash. Nee, können wir nicht. No, nein. Oh, nein. Das ist die neuen Schreiben, oder? Oh, oh. Was ist? Ah, okay, ich höre es. Oh, oh. Warte mal, wer leitet eigentlich den Anruf? Ich. Ah, gut. Besser als... Im Moment besser als Franzi. Ah, schade. Ich leite den Anruf, ihr Dödel. Echt jetzt? Natürlich. Scheiße. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Ja, das wird schon funktionieren. Hau wir doch mal. Bitte, Franzis Internet. Oh, die machen echt barren. Krass. Ja, die gehen jetzt mit seinen Franzi. Geh mal gucken. Cassio kommt. Ja, klar. Ich geh da mal gucken. Geh du da mal gucken. Weiter, wenn der Anruf rankommt, ja. Bestest Trash-Ulti ever. Nice. Oh, sehr schön Ulti. Sehr schön Ulti. Sehr, sehr, sehr schön. Ich weiß doch, ich bin doch gut. Erst Tor. Oh Gott. Tank Bairn. Jetzt. Inheb. Inheb. Inheb ist züchtiger. Und jetzt back off to do to slash. Okay, das ist lustig. Ich bin hier, um dir zu helfen. Wir werden hier rauslocken können. Weiter, 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 weiter. David, lock die, lock die, lock die. Tschüss, Bernd. Sie will nicht mehr. Sie will nicht mehr gelockt werden. Was soll ich jetzt tun? Das war interessant, aber was hast du da getan? Alter, jetzt bin ich hart am Leggen, glaube ich, oder? Oh ja, jetzt ist echt am Arsch. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. Hast du eine E, David? Immer auf Baron. Na, E. Nope. Hm. Ja, wir hätten den Baron einfach machen sollen. Das sind wir safe gewesen. Ja, wer ist? Hm, ja. Mach, versuch mal direkt, das ist schon ganz gut. Ich werde unser dritter. Ah, fuck, mein Elixir läuft jetzt aus. Ich habe hier auch kein neues kaufen. Ja, naja, ist gut. Gut. Oh, laddie Waldfiel bin ich jetzt gerade am Leggen. Ii. Ich will ehrlich gesagt nochmal Backdoor'n. Das funktioniert nicht. Backdoor'n nochmal. Nein, das funktioniert nicht. Ich weiß ja nicht, wo die alle sind. Das sind aber nicht bei Baron, oder? Nein. Nee. Kann ich das wirklich über die ganze Karte machen? Ja, global. Kommt es an? Ja, ja, es kommt an. Puh. Yeah. Ist ja cool. Ja, der Elixir eigentlich zwei Attacken, die über die ganze Karte fliegen können. Nur einer davon macht ein bisschen Schaden. Ich habe Graves. Hm. Sehe ich. Okay, Graves kommt wieder zu euch. Franzi, mach weiter. Mach weiter. Christian. Okay, hau ab. Ich weiß nicht wirklich, ob ich mich traue, 1 gegen 1 gegen Graves zu machen. Also, weil du sowieso nicht beim 1 gegen 1 bleibst. Nee, das kannst du nicht machen. Weil Graves ist ein ultra starker, oder ultra tankiger AD Carry. Also, es ist ultra tanky, aber vergleichsweise. Graves ist passiv, er gibt mir Rüstung. Deswegen hast du auf Dauer ein Problem. Ich habe wohl Rüstungszusprechung. Ja, aber die hat er mit Sicherheit auch. Ja. Eben. Das ist der Kassio. Das wird schon Whisky von mir eigentlich, ja. Was, ein Whisky? Whisky war das. Das kann. Ja, hilf mal bei Baron. Das ist ja Whisky. Ach, du brauchst jetzt Whisky. Das können wir nicht machen, alleine. So, nimmst du jetzt schon wieder die Mindestwickler? Franzi, kommst du klar? Oh Gott. Mami. Mami. Oh Gott. Will hier nicht sein. Stopp die Recalls. Alter. Nice. Schnell, 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 schnell. Wie so ein Noob. Oh. Was? Hahahaha. Alter. Easy backdoor. Das mein Leben gerettet. Yes. Hahahaha. 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 Ah, schön. War eine gute Runde. War auch ein entspanntes Ende. Jo, war ganz nett. Wert und Beitrag. Aha. Hahahaha. Ich muss sagen, wahrscheinlich haben wir nur gewonnen, weil Blitzkrieg aufs Kaffer. So, das kann sein. Ne, der war auch gerade in der Mitte. Also, ich habe fünf Kills und habe die Cass mit 14 Kills einfach mal weggemacht. Und dann nennt sie mich Noob. Ja, weil sie war, denke ich mal, kaum darauf vorbereitet, weil sie ihn berggemacht hat. Und dann war sie wahrscheinlich schon an der Base mit der Kamera. Und dann nochmal, bam, 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 dann geht sie zurück und dann war sie schon tot. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Ja, danke fürs Zusehen. Tschüss. 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 Tschüss.